Flexibilität hat eigentlich für mich sehr viel mit Selbstbestimmung zu tun, weil wenn ich die Flexibilität überkomme, dann fühle ich mich auch selbstbestimmt im beruflichen Alltag. PeraFlex, genau das ist eine Option, die ZwistLive bietet. Dein Tablet ist unter dem Bett, aber jetzt muss ich ein bisschen nach dem Interview, wo ich weitermache kann. Das heisst, ich kann Ferien einkaufen. Das gibt uns viele einzelne Tage, die wir nutzen können, wenn die Kinder diese 13 Wochen Ferien haben. Und das bin nicht ich nur allein, sondern mein Mann auf der anderen Seite hat eigentlich einen ähnlichen Ansatz. Er schafft 60 Prozent, darf aber seine Überzeit in Ferien einziehen. Und zusammen können wir eigentlich diese 13 Wochen recht gut abdecken. 5, 4, 4. 5, 5, 4. 5, 4, 4. 5, 6, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6, 8, 9, 9, 9, 10. Untertitelung des ZDF, 2020